Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Heute ist ein Baupart. Heute werde ich Giraffen bauen. Heute werde ich die Zäune machen. Heute werde ich die Tinkers Construct Sachen machen und das Haus ein bisschen zu Beginn. Und dafür gehen wir jetzt zurück. Ich teleportiere uns halt, weil wir sehr weit weg sind. Sonst ist der Part ja nur aus Wandern. Und da ich meistens nur ein Part immer wieder Erkundungen machen und Farming Parts mache, also mindestens zwei nur Zeit habe, muss ich halt teleportieren. Aber es ist ja nicht soo schlimm Cheating. Es ist einfach für das Let's Play. Mit dem Singplayer würde ich natürlich auch nicht Cheating. Aber ja, als Showzwecken wäre es doch besser, wenn ich da teleportiere und euch nicht lange Weile biete durch. Die ganze Zeit Heimwandern und so weiter. Das ist schon nicht soo nett. So. Der Zombie machen wir hin. Der schützt glaube ich vor Zombies. Hab ich mal gehört. Dass keine Zombies hier hin oder in der Nähe spawnen. Ja, wir müssen Sachen in die Kiste tun natürlich. Die Raspberry nicht. Ähm, die Tigerwood können wir anpflanzen. Ja ok, zwei können wir anpflanzen. Wir machen aber auch einen zwei dicken Baum hin. Vier. Ok. Also war es nicht Redwood. Es war vier. Es war irgendwie ein Wald einfach mehr nicht. So. Das können wir noch rein tun. Also die ähm, setzen wir jetzt irgendwo hin. Und ähm, leider haben wir hier alles voll. Ich möchte es schon in der Nähe haben. Ja, ich muss nochmal fällen. So. Da. Und da. Den Baum noch weg. So. Und den. Also hier können wir einen ganz schönen Wald machen. Auf dieser Seite. Auf der anderen Seite können wir ganz schön eine Wiese machen oder so. Und ja, wir müssen schauen, wie viel Platz wir brauchen für den Garten hier. Oder? So. Das hätten wir auch. Wir können hier noch eine Fackel hin tun. Dann wird es leider schon wieder Nacht. Ah man, das nervt. In Hexit hat man so viel zu tun. Da kann man doch nicht immer Nacht gebrauchen. Das ist unerhört. Schlimm so etwas. So. Also, wieder Nacht. Gut. Ja, im letzten Part bin ich ja gestorben. Leider. Aber ähm, jetzt muss ich schauen, die Crafting Rezepte. Ja, hm. Dann Haakons. Hä? Ah, was ist jetzt los? Ja, das ist doch Tinker's Construct. Ich will einfach diese Bänke. muss ich halt hier kurz nachschauen. Aber wo sind die Bänke? Ich kenne mich so wenig aus. Kollegen sagen immer, ich kenne mich zu wenig aus. Habe ich Zeit zum nachgucken? Solche Mods spiele ich nicht so gerne, wo man so grübeln muss. Ich spiele lieber Mods gerne, die eben so Action bieten, RBG bieten und so. Da habe ich keine Ahnung von solchen Mods wie Tinkers Construct. Irgendwie habe ich gar keine... Nö. Okay. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was sieht man? Hm. Aber wo sind die Bänke und so? Es gibt doch tausende Bänke, wo man machen kann. Pff. Irgendwie geht gar nicht. Haben wir das Buch überhaupt noch? Gut, schauen. Ähm. Ja, das Weizen brauchen wir auch nicht mehr so. Die Fäden sind auch hier. Gut. Ähm. Ich möchte... Ähm. Was habe ich jetzt? Das Buch. Das Buch. Da. Ist das das richtige Buch? Okay. Ähm. Okay. Mhm. Eine Kiste, ein Lock. Also eine Kiste machen wir. Und jetzt machen wir das noch so. Und so. Dann haben wir Blank Patterns. Ähm. Jetzt müssen wir, glaube ich, das so noch machen. Also einen ist so. Einen ist so. Äh. Einen ist so. Pff. Jetzt haben wir drei Stück. Drei Stück haben wir jetzt. Also. Also. Patterns haben wir gemacht. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Und den müssen wir noch machen. Nicht Screenshot machen, bitte. So. Wieso ist es überhaupt möglich, dass man mit der, ähm, Pfeiltaste, also der Taste neben dem Y-Screenshot machen kann, wenn es schon F2 doch ist. Also Minecraft, Mojang, was habt ihr wieder ganggerechtet, ey? Schlimm. Also jetzt machen wir so schön, ähm, Ding da oben. Toolstation. So. Und das. Und, ähm, machen noch einen zweiten. Und so einen. Dann gehen wir nach oben und bauen schon mal das Haus. Wir könnten noch kurz schauen, was wir für Holz haben. Nehmen wir mal ein bisschen Vierlock mit. Bisschen Taigewood. Hm. Die können wir oben auch anpflanzen. Die sehen nämlich schön aus. Sakura ist nicht mein Ding. Ja. Dann nehmen wir das noch mit. Und hier hätten wir auch noch ein Crafting Station gehabt. Ja, wir nehmen den mit und Crafting Station machen wir hier rein. So. Graben wir uns einen Lift nach oben oder so. Eigentlich nicht. Äh, ja. Dann machen wir eigentlich eher hier den Eingang rein und graben uns da nach oben. Also jetzt hätten wir hier so ein Ding. Also jetzt hätten wir hier so ein Ding. Dann machen wir noch einen und dann geht's nach oben. So. Die Leiter machen wir halt später. Oder können wir jetzt eigentlich gerade machen. Es wäre nämlich besser, wenn wir die Sachen gleich machen, weil wir im Let's Play eigentlich eher wenig Geld, ähm, Zeit haben. Weniger Zeit haben wir als im Singleplayer. So. 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 Ich will noch kurz gucken. Wir haben doch noch ein paar, oder? Das war ein Multiplayer. Genau. So. Da haben wir auch. Machen wir mal. Wieso ist das Buch jetzt rot? Ah, wir haben zwei. Okay. Alles neu für mich. Das ist so schwer. Tja, ja. Also machen wir hier eine Leiter auf diese Seite und auf die andere Seite können wir einen Fallturm machen. Ja, genau. Ah, Mann. Muss noch Gravel hier sein. So, und hier drüben auch. Könnten wir das am besten machen, wenn wir hier draufstehen. Ja, geht's auch schnell. Super. Genau, das wollte ich ja. So, weitere. So, müssen eine, also müssen zwei nochmals langsam abbauen. Draufstehen, abbauen. Herrlich. So, draußen. Wir sind draußen, Leute. Wir haben es geschafft. So, und drüben. Ja, haben leider jetzt hier einen Abgrund, aber ich will mich sowieso jetzt hier noch höher graben. Da können wir eigentlich auch die Erde dann zumachen. So, damit Erde zumachen. Und dann noch weiter nach oben. Aber ich möchte jetzt mal kurz schauen, wo genau das Haus sein soll. Ähm, ich will hier eine Hängebrücke rüber machen, das weg. Da drüben möchte ich gerne einen Turm oder so machen. Dann mache ich nämlich das Haus hier. Gleich hier, wo es nach oben geht, ein Haus bauen. Sehr schön. Und ich will hier wirklich eine chillige Hütte haben. Ich will hier wirklich eine, 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 ähm, komfortable Hütte haben oder so. Und, ähm, die natürlich von Part zu Part ausbauen. Also, in den Breed-Parts können wir daran arbeiten oder so. Aber nachher natürlich auch abwässend etwas anders oder so. Und, ähm, ja, da eben die Parts halt nicht so oft momentan kommen können, also einem einen pro Tag kommt, ähm, geht es halt einfach sehr lange, bis ich das gebaut habe. Aber ich habe ja das, ich habe ja den Geduld. Ob ihr den Geduld habt, weiß ich nicht. Aber, ob ihr die Geduld habt, aber, ähm, ja, es ist halt nicht schneller möglich, sozusagen. Weil, ähm, Minecraft ein sehr zeitintensives Spiel ist. Und, ähm, ich hier ja ein langsamer Bauer bin, der langsam baut, erschafft und so weiter. So, also, Crafting Station kommt hier in die Mitte. Part Builder kommt Part, Part Builder. Das sind wahrscheinlich die kleinen Einzelteile oder die Pläne. Kommt hier hin. Tool Station kommt hier. Dann kommt das hier hin. Und Pattern Chest hier. Pattern haben wir noch nicht. Ähm, Tool Station. Das ist wahrscheinlich zum Aufrüsten. Und das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, Crafting Table ist am wichtigsten. Da machen wir auf, ähm, auf welche Seite machen wir die Öfen hin? Das sieht am schönsten aus. Also, hier kommt man rein, dann sind die Öfen hier drüben. Mache ich mal das Gravel als Markierung hin. So, ich möchte gerne aber dieses Ding noch auf eine Stufe machen. Schon wieder dunkel, ey, wie lange. Wie schnell geht die Zeit? Es wird schon wieder dunkel. Wahnsinn. Müssen wir das auch wieder abbauen. So. Aber können wir hier runterjumpen? Das ist noch die Frage. Können wir hier irgendwo... Ich riskiere es. So, toll. Damit muss ich eigentlich gar keine zweite Leiter hinmachen. Oder ein Fallschacht. Können wir eigentlich immer hier runterjumpen. So, komm schon. Werde Nacht, damit ich über... Ähm, den kann. Die Nacht überspringen kann. So. Also. Das haben wir auch geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich noch Obsidian holen. Dann machen wir das halt am Ende... im Baupart. Und, ähm, das Haus wird dann im nächsten Baupart gebaut. Ähm. Ja. Einen direkten Weg in die Minen haben wir noch nicht. Und eine Diamantenspitzhacke haben wir auch noch nicht. Okay. Und zu wenig Diamanten haben wir auch. Na toll. Also, dann machen wir lieber ein bisschen am Haus. Dann machen wir das halt am Mining-Part. Also, das nehmen wir mit. Also, das nehmen wir mit. Nein, die lasse ich noch hier, solange ich sie hier brauche. Oder eben nach oben dann auch einfach einen Ofen. Und, ähm, ähm, ich muss da noch weiter nach oben. So, kann hier noch das wegmachen. Gut. Also, ich möchte mal schauen, was das für ein Holz wird. Und, ähm, ähm, das ist nicht so passend. Und, ähm, 10 ist gut. Nein, 10 ist besser. Wir machen das Haus erst hier. Weil, ähm, 10 ist eigentlich recht gut. Da kann man zwei Fenster reinmachen oder eine Türe. Und, ähm, ja, so ist es eigentlich besser. Gut, dann haben wir aber das Holz nicht mehr. Ah, ne, das Holz machen wir jetzt erst mal aus. Eichenholz brettern. So. Ja, genug Platz haben wir ja hier drauf. Muss ja nicht eine Mega-Hütte sein. Und, jo. Ihr dürft gerne im Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwas anderes haben möchtet, gerne. Also, ihr könnt eben auch wählen, was ihr im Projekt sehen wollt und so. Ähm, was ich erbauen soll und so weiter. Was ich will. Und, das ist leider auch ein kurzer Spöler. Ich möchte gerne, Achtung, Spöler. Auf dem Gottespalast, also es gibt so Paläste, die sind so, so ein runter, Ball oben abgeschnitten. Flache Ebene. Sind vom, ähm, Dragon Ball Comic, also Manga und vom, von der Fernsehserie abgeschaut. Auf so einem Ding, Dungeon, will ich mich, will ich auch ein Haus bauen. Und, ähm, ja. Dafür brauche ich aber natürlich noch die Rohstoffe und so. Das ist klar. So. Die Pflanzen, die wir hier hinten haben. Gut. Und, ähm, zuerst müssen wir natürlich so etwas finden, aber wird wahrscheinlich schon findbar sein. in einer schönen Gegend noch sein und dann ist eigentlich gut. So. Wir machen jetzt das Machen wir, machen wir zuerst die Wände 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Und dann hier Ja, das ist jetzt blöd. Müssen wir eigentlich alles noch eins verschieben. Mist. Ich wollte eigentlich hier machen. Hier. So. Der fällt wahrscheinlich jetzt ab. Nö. Können wir das nicht machen, dass es schneller geht. Hm. Komisch. Also. Eins nach vorne. Nein. Nein, der nicht. Wieso? Hm. Ich mag den Mod nicht, wo er alles wechselt. Wo man es aufgebracht hat. So. Hier. Dann müssen wir drüben noch einen kürzer machen. Weil sonst 11 breit ist das Haus. So. Also eins zurück. So. hier auch abbauen gut, dann haben wir das so jetzt können wir noch den Boten kurz machen und dann kümmern wir uns noch kurz um die Chocoboss und im nächsten Part, im Erkundungspart werden wir die Welt noch ein bisschen weiter erkunden wir haben in den verschiedensten Hymnusrichtungen haben wir noch schwarze Flecken so und hier noch können wir gleich noch kurz abschließen, auf die Karte schauen wo wir denn das machen wollen so ähm, Rest das sieht jetzt natürlich sehr schlicht aus, aber wenn ich Geduld habe, wenn ich ähm, Bock habe dann kann ich die wunderschönsten Häuser bauen aber wirklich ähm, Lost muss ich natürlich zuerst haben können so, dann tun wir hier rein das jetzt haben wir noch Cobblestone hier machen wir noch drei oder vier Öfen drei, okay es reichen nur drei also, auf dieser Seite möchte ich die Öfen machen so und hier kommt ja noch der Eingang gut also hier kommen wir hoch dann können wir da in den Eingang wir müssen eigentlich diese hier auch noch als Brätter bestehen nehmen wir die Bäder noch kurz raus so ja, können nicht alles mit dieser Holzladung hm so also hier auch und jetzt die Leiter noch hinstellen irgendwie so genau also machen wir das mal wieder weg so und Jump also im Ofen haben wir noch mehr Charcoal was wollte ich noch machen ich möchte noch kurz ähm die Pumpkins nein Pumpkins die 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 pflanze ich jetzt nicht dann hm die Leiten hier hinstellen die brauchen wir dann für die Mine die wir da weitermachen und jetzt könnten wir noch ein bisschen um die Ding kümmern ähm um die Chocobos dann so die noch anpflanzen so und hier noch dann ist alles ja irgendwie etwas machen dass wir schneller zu den Chocobos gelangen von dort wär auch noch ne Sache hier das kann Monster spawn so so ah der Gletscher dort ich mag Gletscher in diesem ähm Bioms XL Mod ähm dieses Mod Pack äh nein dieser Mod Bioms XL bietet nicht so viele Biome wie zum Beispiel ähm Bioms Erplenty aber dafür eigentlich manch schönere weil ähm der Entwickler wahrscheinlich auch zu ähm ja ähm jede Menge ähm Zeit investiert für die Biome die vielleicht Biomsor Blenty nicht so bietet also ähm soll ich so sagen sind ja eben alle Hobby-Entwickler also Hobby-Motor und dadurch ähm so ich hab sie nämlich hier mit ähm ähm Loveli-Güssal gefüttert dann gibt es immer nur gelbe also Loveli-Güssal macht eigentlich immer die gleiche Farbe wie die Elton und goldene Güssal machen dass ähm eine nächsthöhere Stufe eventuell rauskommt und das müssen wir einfach irgendwie planen können das müssen wir ja wir müssen sehr viel Güssal anbauen das werden wir auch dann im Farming-Part wahrscheinlich machen also in zwei Parts und ähm ja es wird eine harte Arbeit dieses Jogobo Zeugs und ähm ja aber wir machen gerne Sachen damit wir dann richtig schön fliegen können da muss ich mich auch nicht mehr teleportieren da kann ich einfach heimfliegen aber auf große Distanzen muss ich es trotzdem noch machen das teleportieren ähm sollte eigentlich irgendwie möglich sein mit irgendwas einem Relikt oder so das man irgendwo an Punkten machen kann wo man dann das regt Miesam dann hoch also ja übertaktet oder irgendwas so es wäre wirklich praktisch in Minecraft das teleportieren aber sie wird vom äh vom Mojang eigentlich nicht gerne geheißen außer eben auf Servern von OPs und so weiter hm naja also Dankeschön für Schauen von diesem Part der nächste kommt sobald also eben immer täglich um ungefähr 14 bis 16 Uhr und ähm ja ich freue mich wenn ihr wieder da reinschaltet Dankeschön fürs Schuck und Gucken ähm Tschüss Leute ja 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 Vielen Dank.